Im Podcast-Sumpf, wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Herzlich willkommen zu Folge 19 von Im Podcast-Sumpf. Am Mikrofon die zauberhafte Tina Becker und der charmante Maddy Müller. Hallo. Was ist im Podcast-Sumpf? Im Podcast-Sumpf gehen wir für euch auf die Suche nach interessanten Podcasts, die uns nicht so in den Top 50 begegnen. Wir sortieren das Ganze nach Themen und setzen uns jede Woche zusammen. Jeder von uns sucht zwei Podcasts zu einem Thema raus und stellt den dem jeweils anderen vor. So sieht es mal aus. Und heute haben wir das Thema Kino und TV ausgesucht. Du hast das ausgesucht. Ich habe das ausgesucht. Okay. Warum? Das habe ich mich auch gefragt. Gute Frage. Egal. Na ja gut, dann machen wir das halt. Aber ich meine, ich habe mich jetzt auch darauf vorbereitet. Das ist jetzt nicht so, dass ich... Ja, ich auch. Ich dachte, das hättest du ausgesucht. Aber ist ja egal. Ich weiß es nicht mehr, wie das hier gelandet ist. Ich glaube, wir hatten es in der Staffel 1 schon mal. Und da hast du gesagt, das ist so kacke. Ich finde da nichts. Und ich habe es einfach auf die Liste für Staffel 2 gesetzt. Ja, es war halt auch wieder so, ne? Ja, genau. Das wurde mir interessiert. Nett wirklich. Aber ich habe was gefunden. Ja, schon. Aber jetzt nichts Typisches. Aber das ist ja das, was es ausmacht, ne? Genau. Und was guckst du so? Was bist du so für ein Gucker? Ich gucke ausschließlich Serien. Wir sind voll die Binge-Watcher von Serien. Was ist die beste Serie für dich? Oh, das kann ich gar nicht so sagen. Ich möchte jetzt mich auch hier nicht öffentlich zu äußern, was ich gerade gucke. Nein? Das wäre ein bisschen peinlich. Ach Quatsch. Ja, alles, was so Netflix und Streaming-Dienste und Co. bereithält. Hast du alle? Oder hast du nicht alle? Wir haben drei davon. Ja, du kannst Namen merken. Wir sind ja hier non-commercial. Also wir haben tatsächlich Netflix, Amazon und Disney. Disney haben wir nicht. Ihr habt dieses Premiere-Ding da. Wie heißt das heute? Sky? Herzlich willkommen bei Sky. Die Werbesender. Bezahl-Werbesender ist das. Ja, ich hätte schon lange nicht mehr. Aber die Conny will ja unbedingt Fußball gucken. Genau. Ja, verstehe. Ja, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Da könnten wir eigentlich einen Müller-Brüller draus machen. Aber das wäre ja dann rechtlich angreifbar. Nee, ich behaupte ja, dass Breaking Bad in Verbindung mit Better Call Saul die beste Serie ist, die es jemals gab. Oh, Scheiße. Nee, das mag ja sein. Ich kenne viele Leute, die das geguckt haben. Ich habe zweimal angefangen, Breaking Bad zu gucken. Ich habe es beim zweiten Mal geschafft, durchzugucken. Aber es hat mich einfach nicht mitgenommen. Aber das Schlimme bei so Fernsehproduktionen ist für mich immer, wenn das zu nahe Realität ist. Und das ist nun mal so, dass das Gesundheitssystem in den USA halt so dermaßen am Arsch ist, dass du halt wirklich, jetzt muss ich auch wieder auf meine Wortwahl aufpassen, dass du am Ende bist, wenn du eine schlimme Krankheit hast und halt eben keine Krankenversicherung. Ja. Und das kann da eben passieren. Aber das ist cool. Ich finde sogar, ich weiß nicht, ob Better Call Saul sogar noch ein bisschen besser ist als Breaking Bad. Ich meine, Breaking Bad ist schon abgefahren. Das Schlimmste fand ich halt an Breaking Bad ist, es gibt ja x Punkte, wo der aufhören könnte in der Serie. Genau. Und du sagst jetzt, hör auf, hör auf, jetzt kommst du noch raus. Und er macht trotzdem weiter und es wird noch schlimmer. Und das fand ich halt faszinierend, dass es immer noch steigerungsfähig wurde. Und bei Better Call Saul wird ja der Weg des Anwalts erklärt. Und der hatte ja keine Wahl. Weil der ist ja, der musste so werden, wie er dann am Schluss ist. Also wie er bei Breaking Bad ist. Und das finde ich halt so geil. Weil der tut einen, also wenn du Better Call Saul guckst, tut der dir leid. Und bei Breaking Bad findest du, das ist der letzte Winkeladvokat. Aber das hat alles seinen Grund. Und ich finde es halt, das Geile ist halt, weil das so durchdacht ist, das Ganze. Ja, das ist auf jeden Fall, das stimmt. Also wirklich zu Ende gedacht und cool. Ja, aber hast du den Film dann bestimmt nicht nochmal gesehen, der das eigentlich abrundet? Nee, den Film habe ich noch auf der Watchlist, aber den konnte ich dann nicht mehr gucken, nachdem ich mich durchgequält habe. Ja, es ist jetzt auch kein Muss, aber es bringt dann halt die Story zu Ende. Ja. Letztendlich. Irgendwann vielleicht mal, wenn ich Netflix durchgeguckt habe. Viel Spaß. Aber hier, bevor wir jetzt weiter einsteigen ins Thema, guck mal. Ich habe hier wieder was mitgebracht. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach einem Whisky, der dem Maddy schmeckt. Und jetzt ist Juni, heute an diesem Aufnahmetag. Wir haben so ein bisschen vorproduziert, weil der Maddy jetzt im Urlaub ist. Das ist der 1. Juni. Yeah, ich bin im Urlaub. Und das ist die Flasche, die ich mir zum Geburtstag schenke. Und die öffnen wir beide jetzt. Die du dir zum Geburtstag schenken? Ja, ich schenke mir immer was zum Geburtstag. Oh, cool. Ja. Ich bin immer wahnsinnig großzügig zu mir. Geil. Und zwar haben wir hier, Achtung, Achtung. Oh, der hat jetzt nicht so schön gequetscht. Einen 21 Jahre alten Glenn Dronach. Der wird natürlich verschonnotet, ne? Ja, selbstverständlich. Oh, hört sich aber mal. Klopat schön, gell? Ich habe jetzt nur ein kleines Schlückchen. Ein kleines Schlückchen, das ist schon wieder fast zu viel. Ja, weniger ging jetzt echt nicht. Weniger wäre nicht genau. Das riecht schon wieder nach Whisky. Komisch. Wo kommt das her? Ach, ja gut. Okay, ja dann. Auf deinen Geburtstag, Tina. Och, das war... Na ja, gut. Geht so. Erst mal schön die Nase reinhalten und dran riechen. Hab ich doch schon. Ach, Maddy. Och. Das ist geil. Oh, der ist aber rauchig. Dann entweder steht was mit dir nicht oder mit mir nicht. Oh, jetzt ist er aber warm im Hals. Oh, ist der toll. Also im Abgang ist er ganz nett. Aber vorne... Es ist Sherry-Note pur mit eingelegten Früchten und was weiß ich, wie sie das alles nennen. Aber rauchig ist der ganz sicher nicht. Ich bring dir mal einen rauchigen mit. Du meinst aber, du leckst die Kaminscheibe ab. Ach, Leute, das wird nichts mehr mit dem Maddy und dem Whisky. Ich glaube, du fängst heute an. Kann das sein. Naja, ich habe extra in die Shownotes geschrieben, vorgeplänkelt, nicht vergessen. Ich kann ja dann derweil mal ein bisschen Sachen erzählen, die uns noch so passiert sind. Und zwar haben wir Feedback bekommen zur Mystery- und Fiction-Folge. Ich hatte ja erzählt, dass ich mal Gläserrücken gemacht habe und wir das so ausprobiert haben, wo einer nach dem anderen den Finger runtergenommen hat. Macht man auch nicht. Hat uns jetzt vom Unheimlich-Podcast, wurde uns geschrieben, indem man die Finger vom Glas nimmt beim Gläserrücken, lässt man die Geister frei. Du hast es gemacht. Natürlich habe ich das gemacht. Das erklärt jetzt, warum mich schon seit 25 Jahren dieser Geist verfolgt. Welcher denn? Der, den wir beim Gläserrücken freigesetzt haben, erscheint. Wie kriegst du den wieder los? Musst du seine Knochen verbrennen oder wie? Keine Ahnung. Wie bei Supernatural. Das wäre jetzt die nächste Frage. Die kriegen das immer mit dem Feuerzeug in den Griff. Stimmt, die verbrennen das immer. Aber man muss mal irgendwie mit Silber noch reinwerfen und so. Oder irgendwie. Silberkugeln. Silberkugeln. Sonst Weihwasser. Keine Ahnung. Also wenn jemand einen Tipp für mich hat, wie ich diesen Geist wieder loswerde, nur her damit. Ich habe ihn schon mehrfach versucht zu bitten. Man sagt ja auch, man soll den Geist bitten zu gehen. Da dachte er sich kaputt. Das ist wie mit Dracula. Den musst du reinbitten. So ein Vampir, der muss rein gebeten werden. Gebeten werden. Ja, also Leute, nie die Finger vom Glas nehmen im Gläserrücken. Wenn wir gerade bei Feedback sind, ich würde gerne im Vorgriff, die Sendung ist jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht draußen, aber ich habe ja von dieser Ameise erzählt, die ich auf dem Parkplatz getroffen habe. Ja. Und die habe ich männlich gemacht. Da habe ich vergessen zu erwähnen, dass das war eine männliche Ameise. Die hatte Flügel. Nicht, dass dann jemand, vielleicht ist es ja schon passiert, jetzt wenn die Sendung hier rauskommt, dass mich jemand beschimpft hat, Junge, Ameisen sind weiblich. Nee, das war eine männliche Ameise. Das nochmal gerade gerückt im Vorfeld, ohne jetzt Feedback bekommen zu haben, weil die Sendung kommt jetzt erst am Samstag raus. Aber wollte ich schon mal loswerden und da vergesse ich es auch nicht. Und ja. Gut. Gut zu wissen. Gut. Und das nächste Feedback haben wir bekommen von dem Schattenzirkus. Das war der Podcast, den ich vorgestellt hatte. Und der meint so, hey, super cool, fand ich gut, dass ihr das besprochen habt. Das hat mich direkt nochmal motiviert, noch ein paar Folgen aufzunehmen. Sehr gut. Das freut uns, dass wir dich da motivieren konnten. Mach weiter so. Und er hat auch nochmal betont, ich hatte glaube ich gesagt, das ist ein Solo-Podcast. Ich habe mich natürlich nur auf den Sprecher bezogen, aber er hat nochmal gesagt, dass er natürlich ganz viel Hilfe im Hintergrund hat, die ihn bei der Produktion unterstützen. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Es gibt natürlich immer Menschen, die im Hintergrund vom Podcast arbeiten. Ja, so wie bei uns die Regina. Genau, die Regina und der Marco, der sich die Doku von Ultraschallend Reaper durchgelesen hat. Genau, für umsonst. Aber trotzdem nochmal danke Marco dafür, dass du quasi, ja, wie sagt man, den Backup gemacht hast. Das ist was, wie wenn du zum Beispiel Astronaut bist und du bist der Ersatzmann. Und du bereitest dich genauso vor, als würdest du zum Mond fliegen, aber du fliegst du nicht. Ich würde ja nicht ausschließen, dass der Marco vielleicht noch den ein oder anderen Tipp in der Tasche hat. Ja, auf jeden Fall. Da sind noch so ein paar Fenster, die, ne, also er kann ruhig weitermachen. Genau. Und wenn er dann soweit ist, um auf den Mond zu fliegen, dann fliege ich dann mit. Genau. Und dann kann er mir hier mal, obwohl ich kann mir das eh nicht alles merken, das ist so kompliziert. Mit dem auf den Mond fliegen, das ist schon eine komplizierte Geschichte. Ja, die sind damals mit dem Taschenrechen auf den Mond geflogen. Das kann ja nicht so schwer sein. Okay, möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen? Wir können ja mal den Elon Musk fragen, wie schwer das so ist und wie teuer. Der war noch nicht auf dem Mond. Egal. Stimmt, aber der will da hin, oder? Will der auf den Mond? Bestimmt. Mars will er noch, oder? Aber jetzt müssen wir den mal in Schutz nehmen. Ich meine, das ist ja, gell, der wird ja mal angefeindet, so scheiß Milliardär und blablabla, Neiddebatte. Ich habe letztens ein Interview mit dem gesehen und dann hat der Interviewer gesagt, dass, ich darf jetzt nichts falsch sagen, der Neil Armstrong war auf dem Mond, ne? Nicht der Louis. Nee, Louis nicht. Und der Neil Armstrong und noch irgend so einer, das sind die Raumfahrthelden bei den Amis und die haben beide gesagt, das wäre scheiße, was er da macht. Und da hat er Tränen in die Augen gekriegt. Nochmal, wer hat über wen gesagt? Der Reporter hat dem Elon Musk gesagt, dass Neil Armstrong und der andere Typ, hat er gesagt, das sind ja die Raumfahrthelden und der Elon Musk, oh ja, was kommt jetzt, ne? Und dann haben die beide gesagt, die finden scheiße, was er macht. Und dann war der so getroffen, dass er fast anfängt zu heulen. Das war gemein. Das muss man jetzt wirklich schon sagen. Das ist schon gemein. Aber wann war das? Weil Neil Armstrong lebt leider nicht mehr. Ja, schon ein bisschen länger. Also ich habe das jetzt erst gesehen vor kurzem. Und ich glaube, Michael Collins war der andere, der ist auch kürzlich gestorben. Das war der dritte Mann auf dem Mond, der ja nicht auf dem Mond war. Aber der war der wichtigste. Das war noch ein anderer, egal. Der dritte, der mit dem Shuttle um den Mond geflogen, das war aber nicht Michael Collins. Michael Collins war der andere, der mit ausgestiegen ist? Nee, Michael Collins war der dritte Mann. Regina. Ich werde das nachrecherchieren. Da bin ich auch relativ sicher, weil ich habe nochmal über den einen kurzen Text verfasst. Okay, gut. Alles klar. Wollen wir dann mal einsteigen in unsere Kino- und TV-Folge? Ja, was hast du uns denn mitgebracht? Also, ich hatte ja beim letzten Mal schon mal erzählt, dass ich auch nach dem Schlagwort hinter der Kulisse oder hinter den Kulissen gesucht hatte. Und da habe ich nämlich einen Fernseh-Podcast gefunden. Und ich finde, das rundet das Ganze auch jetzt ab, weil du hast ja schon mal sowas in der Musikfolge gehabt, wie einer so aus dem Nähkästchen geplaudert hat, wie es so hinter den Kulissen bei den großen Stars abgeht. Dann hast du das letzte Mal oder vorletzte Mal erzählt, wie es im Theater abgeht. Und heute habe ich einen Podcast, der erzählt, wie es im Fernsehen abgeht. Und der heißt Backstage-Stories hinter den Kulissen. Genau. Und da setzen sich zusammen, also das sind zwei Profis, die machen das aber nicht als Auftragsproduktion, sondern wirklich quasi… Sind die bekannt? Kennt man die? Ich kannte sie namentlich nicht. Sebastian Eck und Didi Ochs. Der eine ist, wie heißt es, Autor für Fernsehformate, der Didi Ochs, Autor für Fernsehformate. Also der schreibt irgendwie so Dialoge, Interviews, Texte, Gedöns, genau. Und der Sebastian Eck ist so ein Offsprecher. Der spricht Werbetexte, Doku-Texte und so. Das spricht der einen. Genau. Und die beiden haben sich zusammengesetzt. Die haben sich auch letztes Jahr, Jahr 2020 zusammengefunden. Und die erste Folge ging nämlich darum, wie macht man jetzt eigentlich während der Pandemie Fernsehen ohne Zuschauer? Ja, sollte man meinen, Fernseh ist immer ohne Zuschauer. Aber es gibt ja, weiß ich nicht, der Fernsehgarten oder… Es gibt ja eigentlich nichts Corona-konformeres als Fernsehen. Ja, schon. Aber wie gesagt, Fernsehgarten ohne Zuschauer ist, glaube ich, auch doof. Oder irgendwelche Quizshows oder… Ja, für die Teilnehmenden. Okay. Genau, da haben die so ein bisschen drüber geredet. Und überhaupt, normalerweise hast du ja das Ganze, die ganzen Aufnahmen machst du ja im Studio und so. Ja. Und da haben sie dann halt eben erklärt. Da sagte der zum Beispiel, der eine, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher welcher war, aber auf jeden Fall, der eine meinte so, er macht sowieso viel von zu Hause, genau, das war der Offsprecher. Wenn er irgendwelche Werbetexte einspricht, der kriegt halt immer irgendwie den Auftrag nach Hause geschickt, sitzt dann zu Hause in seinem Studio und spricht das ein. Das war für ihn eigentlich kein großer Unterschied. Und der andere wiederum, der musste dann schon groß… Ah, hier der Deutsche Fernsehpreis, als der verliehen wurde zum Beispiel. Da haben sie dann halt ganz groß umgeplant, wie machen wir das eigentlich hier? Und Corona-konform und ohne Zuschauer und haben sich ein komplett neues Konzept überlegt und so. Das war, glaube ich, schon ein Riesen-Riesen-Act. Das war so ähnlich, glaube ich, wie den ESC zu planen. Ah, da waren ja Zuschauer dann. Da waren jetzt wieder Zuschauer. Aber jetzt nochmal zurück, der kriegt die Texte heimgeschickt und spricht die selbst ein, ohne Regie und ohne Tonmensch oder wie? Das ist ja auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, billig. Früher gab es da mal so Studios mit einem Regisseur, der gesagt hat, jo, das war schön, das ist ganz gut, das machen wir nochmal. Ja, vielleicht machen die das auch während einer Videokonferenz, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber prinzipiell ist es gerade in so einem Studio halt besser, wenn auch nicht jeder in dasselbe Mikrofon hustet und so. Ja, grundsätzlich ja, aber du weißt doch gar nicht, also du kannst das selbst gar nicht beurteilen. Der ist Profi, natürlich keiner ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, es ist jetzt nicht versteckt. Hör dir die Folge nochmal an. Ja. Wenn du möchtest. Vielleicht hat er da genauer zu erzählt. Und ja, die andere Folge, die ich mir angehört habe, die ging über Aberglaube. Da haben sie dann so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Da hat der eine erzählt, er hat mal mit Mireille Mathieu zusammengearbeitet und wie abergläubisch diese Frau ist oder war. Lebt die noch? Ich weiß nicht. Bestimmt. Keine Ahnung. Aber sie ist wahrscheinlich nicht mehr aktiv, ist ja wahrscheinlich schon gesetzteres Alter. Ja. Und was die auf jeden Fall so bei Auftritten immer so für Rituale hatte, es dürften zum Beispiel auf gar keinen Fall Lilien irgendwo stehen, also Blumensträuße, Blumenbouquets, alles wunderbar, aber bloß keine Lilien, weil das sind ja quasi die Blumen des Todes. Also so zu Beerdigung und so kriegt man ja immer Lilien. Dann dürfte sie auf gar keinen Fall mit einer dunkelgrünen Limousine abgeholt werden. Sie haben jetzt glaube ich nicht rausgefunden, was das jetzt mit dem dunkelgrün auf sich hatte. Die haben da rumspekuliert, ob das auf irgendwelche Kutschen zurückging oder so. Also sie wussten es nicht, aber sie wollte auf keinen Fall in einer dunkelgrünen Limousine abgeholt werden. Mir ist ja scheißegal, wenn schnell eine Limousine abgeholt wird. Ja, das wird doch die Farbe scheißegal. Ja, aber nicht, wenn du besonders arbeitragisch bist. Es gibt ja auch Fußballer, die nur mit dem linken Fuß zuerst den Rasen betreten und immer denselben Schuh und Schnürsenkel und bla. Genau, so ist es. Verlieren dann trotzdem. Ja, und das allerwitzigste, was ich fand, wie gesagt, das sind Profis und die haben keine Ahnung, was die für ein Equipment zu Hause haben, womit die aufnehmen. Aber eine Folge, die ging nur fünf Minuten, die haben sie dann wieder beendet. Die ganze Folge. Die hatten so technische Probleme, sie haben es nicht hingekriegt mit ihrem Provider, das hat nicht funktioniert und die hatten die ganze Zeit ein Echo drin. Und da wollte ich nur mal sagen, das ist saumäßig beruhigend, dass auch Profis technische Probleme haben. Ich wollte es gerade sagen. Schön, dass denen das auch passiert. Ja. Gut, aber in dem Zusammenhang mit dem Aberklau ist mir noch eingefallen. Weißt du, warum man nicht auf der Bühne pfeifen soll? Nee. Das ist nämlich auch so ein Aberklau. Was heißt Aberklau? Aber eigentlich ist das kein Aberklau, sondern das kommt aus der Zeit, wo es noch keinen Strom gab. Und da gab es ja auf der Bühne immer Kerzen und manchmal, nee, Gaslampen, sowas, Gaslampen. Und wenn du hinter der Bühne pfeifst, dann kann es passieren, dass du durch das Pfeifen eine Gaslampe auspustest und das Gas ausströmt und dann das Theater in die Luft fliegt. Deswegen ist hinter der Bühne heute noch Pfeifen verboten. Man kann durch Pfeifen eine Gaslampe auspusten? Naja, wenn du so ein Gaslämpchen hast, dann läufst du da verboten. Und dann pustest du die Flamme aus, aber das Gas strömt ja weiter aus. Ja, schon klar, aber dass man mit dem bisschen Pfeifen die Flamme ausbläst, das wundert mich. Ja, du weißt doch, wie die Theaterleute sind, die übertreiben es doch mit allem. Muss doch alles Theater sein. Da pfeifen wir auch lauter. Ja, wahrscheinlich. Und auf Toi, Toi, Toi darf man nicht Danke sagen. Oh, stimmt, stimmt. Und das hat der eine auch erzählt in dem Podcast. Ganz wichtig. Der hat auch so Rituale und genau, er darf, er hat noch nicht mal das Wort Danke erwähnt, er hat nur gesagt, man darf nicht das Gegenteil von Bitte sagen. So krass. Nee, die Antwort auf Bitte sagen. Okay, cool. Aber das ist, die meisten, also wenn du Toi, Toi, Toi wünschst, sagst dann Danke, ist es genau das Gegenteil. Also laut Aberklamm natürlich. Genau, genau. Cool. Ja, genau. Und davon, also es gibt 34 Folgen, die im Laufe des Jahres 2020 erschienen sind, dauern immer so eine halbe Stunde etwa, bis auf die eine, eben nur mit fünf Minuten. Und dieser Podcast endet leider auch im Dezember 2020. Das sind einige. Ja. Und ich habe jetzt da nicht nachgefragt, ob es da weitergeht, ob die vorhin weiterzumachen. Also es wäre schon ganz lustig. Vielleicht finden die noch ein paar Themen, worüber sie so aus dem Nähkästchen plaudern können, aus hinter den Kulissen. Schön. Ja. Gut. Backstage Stories heißt er. Backstage Stories, genau. Also das war der erste Tipp von der Tina. Und jetzt, wenn du nichts mehr hast, kommt der erste Tipp von Maddie. Ja, erzähl. Und zwar nennt sich mein erster Podcast-Tipp Production Therapy. Da waren wir mal wieder bei den Nachbarn in Österreich. Wobei mir schon wieder mal aufgefallen ist, dass die Österreicher doch relativ gute Podcasts haben. Komisch war. Die sind sehr kreativ in ihrer Themenwahl. Das stimmt. Kann man wirklich sagen. Ja, das ist ein echt tolles Podcast. Ja. Und auch hier wieder, das ist folgendes. Also das ist der Florian August Alexander, der hat es für Nachnamen nicht gelangt. Und der Roland Klockler, Klocker, Entschuldigung, ohne N. Und beide sind Filmemacher. Also die arbeiten eigentlich hinter der Kamera. Und die haben natürlich absolutes Insider-Wissen. Also die wissen genau, wie der Hase läuft hinter der Kamera. Machen aber zwischendrin auch mal eine Filmkritik. Die haben zum Beispiel Wonder Woman extrem zerrissen. Okay. Naja, Leute, es ist ein Comic. Was willst du da erwarten? Das Einzige, was ein bisschen gestört hat, die sind sich ein bisschen arg einig. Oh, wie langweilig. Ja, die haben keine Diskussionsthemen so. Wenn der eine was sagt, dann sagt er, ja genau, hast du recht. Das ist halt schade. Aber da kannst du ja nichts machen. Ja. Also die sind sich sehr, sehr einig. Das ist das Einzige, was so, na, ich will jetzt nicht stören, aber es ist mir halt aufgefallen, dass die sich gegenseitig überhaupt nicht irgendwie in Frage stellen. Zusätzlich zu den Filmkritiken. Und die erklären halt, was wer macht am Set zum Beispiel. oder wie so ein Filmtag aussieht. Geben die aber auch noch Materialtipps. Finde ich auch sehr gut. Also wenn eine Kamera oder ein Stativ oder was man da so findet, was weiß ich, keine Ahnung, was die da sagen. Also kann man sich auch ein paar Materialtipps abholen von denen. Und eine Folge, die war ganz cool, da geht es um Filmjobs, die keiner kennt, aber die immer wieder auftauchen im Abspann. Weißt du zum Beispiel, was ein... Grip. Genau, der Grip. Scheiße, den habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben. Gerade. Den hatte ich aber doch rausgesucht, den Grip. Verflixt. Aber weißt du, was ein Gaffer ist? Nee. Der Gaffer ist der Oberbeleuchter. Aha. Also der ist fürs Licht zuständig. Also der, der dann am Schluss sagt, so jetzt ist es richtig. Und dann gibt es noch den Best Boy. Genau. Und das ist der, der die Lampe letztendlich bewegt. Das ist der Best Boy. Der bewegt die Lampe? Also der Gaffer steht da und guckt sich das Ganze an und der Best Boy macht die Lampe nach rechts, nach links, hoch, runter. Gibt es einen Grund, warum die so komische Namen sagen? Keine Ahnung, nee, das haben die gar nicht erklärt. Die haben nur gesagt, was es ist. Witzig. Also das war wirklich lustig. Was mir auch aufgefallen ist beim Zuhören ist, da sind ja immer ein Haufen Leute dabei. Also wenn du so einen Abspann siehst, wie viele Menschen daran gearbeitet haben. Und jetzt weißt du dann auch, warum es so teuer ist, weil da halt so viele Menschen daran arbeiten. Aber das ist alles berechtigt. Natürlich. Also da hat jeder Job seine Berechtigung, weil jeder konzentriert sich nur auf eine Sache. Auf das, was er zu tun hat. Und erst dann wird es ja wirklich gut. Also wenn du wirklich professionellen Anspruch hast, dann musst du für jeden Job, den es gibt, eine Person haben. Also Beispiel, du hast jetzt den Kameramann, dann hast du einen für den Ton, aber da brauchst du schon wieder zwei, weil einer hört auf den Ton und der andere hält das Mikrofon. Also von der Höhe ist ja immer mit der Angel da und so. Du musst immer gucken, man schmeißt ja so ein Mikrofon im Bild und sowas. Und du kannst dich nicht auf den Ton konzentrieren und gleichzeitig diese Angeln halten und achten, dass die nicht zu tief oder zu hoch oder sonst irgendwas ist. Da musst du zwei Mann haben. Das macht voll Sinn, ja. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die gucken, dass das Set immer so bleibt, wie es war. Aber auch die sind ja nicht perfekt. Also da ist so eine Aufgabe, die sollten eigentlich alle wahrnehmen. Das ist ja so, du machst jetzt einen Cut und willst dann die Szene nochmal machen. Und in der Zwischenzeit hat irgendwo einer sein Getränk abgestellt oder sowas. Und das taucht dann eigentlich auf. Und wenn du es dann schneidest. Ja, so ein Klassiker der Starbucksbecher. Genau, ja. Und eigentlich sollten da alle drauf achten, aber es gibt trotzdem jemanden, der dem seine Aufgabe das ist. Also wenn da irgend so ein Fehler passiert hat, hat einer versagt. Eigentlich alle, aber hauptsächlich total einer. Aber ich fand es total interessant zu gucken. Also einer macht das Licht, einer macht den Ton, einer hält die Angel, dieses Ding halt, wo das Mikrofon dran ist. Und jeder hat eine Aufgabe, wenn es losgeht. Und deswegen sind da so viele Leute. Und erst dann wird es ja auch richtig gut. Ja, eben. Macht eigentlich Sinn. Dann kann jeder sich auf seinen Job konzentrieren. Also von daher ist es schon gerechtfertigt. Also ich kann da ja auch ein bisschen, naja, nicht mitreden, aber ich habe ja auch mal versucht, einen Film zu drehen. Und wir waren nur zu zweit. Das war kacke. Also ich habe dann das Mikrofon noch gehalten. Ich habe dann mal geguckt, dass es, also du wirst abgelenkt, wenn du guckst, dass das Mikro ein bisschen tiefer ist. Aber ist es nicht jetzt zu tief? Hört man mich noch? Und so weiter. Das ist total bescheuert. Du brauchst eigentlich, ich will mir sagen, das mal so. Ja. Ja. Interessant. So, und in der Mitte der Folge ist meistens was dran? Der Glücksscheißer der Woche. So sieht es mal aus. Ja. Und zwar ist mir das begegnet. Es ist ja allgemein bekannt, das kennen wir ja alle. Im Wald spazieren tut voll gut, ne? So eine Binsenweisheit. So, so. Ja. Im Wald spazieren entschleunigt. Fährt den Stresspegel runter, stärkt die Gesundheit. Und die Forschenden haben jetzt rausgefunden, woran das liegt. Ah. Und zwar an den Botenstoffen, also unter anderem die Botenstoffe, die sich Bäume untereinander schicken. So diese, die heißen Terpene oder Terpenoide, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Mhm. Das sind die, wenn die untereinander kommunizieren, so von wegen Achtung, Fressfeinde, Schädlinge oder so. Aha. Die sind für uns geruchlich nicht wahrnehmbar, aber die bewirken wohl trotzdem was. Und zwar haben die das rausgefunden, das war ein japanischer Forscher. Oh, ich habe mir jetzt dummerweise den Namen nicht aufgeschrieben. Aber ich habe hier mal den Artikel aus der Zeit verlinkt, der ist, da beschreibt es sehr schön. Dieser Japaner, der hat zum Beispiel Hotelgäste einfach in einem Hotel irgendwo untergebracht. Und dann wurden diese Menschen mit diesem Stoff irgendwie quasi so bedampft. Bedampft. Bedampft, beträufelt, keine Ahnung. Und dann haben wir tatsächlich eine Doppelblendstudie draus gemacht. Die Ärzte, die das betreut haben, wussten das nicht. Die Gäste wussten das nicht. Und man konnte am nächsten Tag Verbesserungen im Blut dieser Gäste feststellen. Also die hatten mehr von diesen Killerzellen, was ja das Immunsystem dann eben stärkt. Die hatten geringeren Blutdruck, geringeren Puls. Von heute auf morgen. Ja. Über eine Nacht, also über Nacht haben die eben diese Terpenuide da eingeflößt. Und am nächsten Tag waren die Blutwerte deutlich messbar verbessert. Ist ja krass. Ist der Hammer, oder? Ja, und jetzt? Mehr Wald. Ja, aber gibt es da eine Therapie dann draus? Ja, also die Wellnessindustrie, die nutzt das direkt für sich und nennt das Waldbaden. Ähm, das kommt auch aus dem Japanischen, äh, der Japan, also das japanische Wort heißt, frei übersetzt so viel wie ein Bad im Wald nehmen. Das hat unsere Industrie dann natürlich direkt übernommen, also die Wellnessgeschichte halt eben. Ja, wie kann man die Dinge einsammeln? Du setzt dich in den Wald. Ach so. Und atmest. Ich dachte, du wirst bedampft. Hast du doch gesagt. Das haben die ja künstlich im Hotel gemacht, um den Zweck überhaupt, um den Effekt überhaupt nachzuweisen. Ja, warum sollte ich das denn dann kaufen, wenn ich einfach... Nee, musste ja nicht. Das meine ich ja. Aber ja, warum die das jetzt in Wellnesstherapien mit Waldbaden anbieten, das habe ich mich dann auch gefragt. Weißt du? Also, ich meine, wir sind so glücklich, wir leben hier am Rande der Stadt, wir gehen zwei Meter hinters Haus und haben den Wald quasi vor der Tür, atmen dann dreimal ein und haben das auch gemacht. Da brauche ich keine Waldbadentherapie mit Hildegard, ich weiß es nicht. Gibt es da schon einen Aufguss? Ja, einen Therpenoid-Aufguss, genau. Ja, dann kannst du dann, also ging es auch darum in dem Artikel von wegen, ja, man muss nicht immer gleich die Hikingstöcke nehmen und dann hier wie blöd durch den Wald rennen, das reicht eben auch ein Spaziergang oder du setzt dich einfach hin und guckst einfach in die Gegend und... Wie lang muss man sich da im Wald aufhalten? Das haben sie, glaube ich, noch nicht festgelegt, ob das jetzt ein ganzer Tag sein muss oder ob das zehn Minuten sind, aber ich glaube, ich hatte mal irgendwas gehört, so zehn Minuten bis halbe Stunde am Tag reichen schon, dass sich das wirklich messbar auf deine Gesundheit auswirkt. Krass. Das ist sensationell. Egal welcher Wald oder... Wald, das kann sogar eine Wiese sein, glaube ich, weil es ging hier drum, dass man halt auch wirklich einfach so in der Natur wandern geht, also Hauptsache Natur, weil das wohl hauptsächlich, wie gesagt, die Botenstoffe der Pflanzen sind, also Bäume und Pflanzen, ja. Kein Wunder, dass ich so kerngesund bin. Ja. Ich dreimal am Tag mit dem Hund raus. Genau, Leute, schützt die Wälder. Ja, sowieso. Genau. Das fand ich sehr interessant. Das ist ja faszinierend. Aber ich sage dir, die Leute bezahlen sowieso für jeden Scheiß. Ja. Das ist wie mit Ebay, weißt du, du verkaufst irgendeinen Mist, jeden Morgen steht ein Dummkopf auf, wir mussten nur finden. Also ich habe jetzt letztens gehört, man kann für 140 Euro die Nacht kann man sich ins Mittelalter quasi zurückbiegen lassen oder eher in den wilden Westen so mit Leben ohne Strom und abends zusammen das Badewasser teilen und gemeinsam Klo und sowas und also richtig wildwestmäßig kannst du da leben. Das kostet dann lächelndig 140 Euro pro Nacht. Spielt dann auch die Badehame im Salon und so? Nee, es ist jetzt nicht wild im Westen, es ist dann so ein Wellnessding mit so einer Blockhütte und dann kommst du abends in so einen Zuber, wo das Wasser über die Ströbe gegossen wird. Gegießt? Gegossen wird und naja, so ein bisschen halt wie es früher war, so 1800 Ebbes und das kannst du dir dann kaufen mit so einem Plumpsklo draußen. Ja, wenn es schön macht, gell? Da kann man dann natürlich auch sich einen künstlichen Wald einsprühen lassen für 600 Euro. Nee, 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 die sprühen jetzt keinen künstlichen Wald, die haben das ausschließlich für die Studie gemacht in dem Hotel. Da ging es nur darum zu beweisen, dass es… Ach, das kann man jetzt nicht kaufen, oder? Nein, 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 nein. Ach so, gut. Diese Wellness-Therapien, die bieten das dann an. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn sie das irgendwann verkaufen würden. Sie nehmen dich an die Hand und nehmen dich mit in den Wald. Das ist eine Geschäftsidee, Tina. Wir verkaufen jetzt Spaziergänge durch den Taunus. Ja, genau. Und das ist vielleicht, habe ich mir auch gedacht übrigens bei dem Artikel, das ist vielleicht auch der Effekt von dem Menschenreden, wenn sie einen Baum umarmen, dass es danach besser geht. Ja, du hast einfach nur die Botenstoffe von dem Ding eingeatmet. Also, ich habe ja auch nichts gegen Bäume, ich mag Bäume, aber ja, atmet einfach. Ja, wenn du die umarmst, hast du auch Leute Fische an dir. Und hier so Krümel von Baumrindern und Ameisen. Dann lieber atmen. Ja, atmen ist sowieso… Schön. Finde ich gut. Der Klugscheißer der Woche, siehst du? Haben die da auch für den IG-Nobelpreis gewonnen? Nee. Darf ich nicht? Nee. Also, da würde ich ja fast sogar den Nobelpreis für ausloben. Also, das nachzuweisen, dass das die Botenstoffe der Bäume sind, die den positiven Effekt auf den menschlichen Organismus haben, einen Medizin-Nobelpreis, oder? Zum Beispiel, ja. Okay. Wie du meinst? Ich kann doch mal anrufen. Ich kenne da einen. Ja, der ist ein krasser Typ, der liebt. Genau. Hier passen wir auf. Ja, aber du bist weiter dran, dann… Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Und zwar, mein nächster Podcast, den ich heute vorstelle, der heißt Schaubefehl. Schaubefehl? Genau, Schaubefehl. Ach ja, jetzt habe ich es. Okay, alles klar. Genau. Guck hin. Guck himo. Guck himo. Und zwar wird dieser Podcast bestritten von Matze und André. Und der André ist uns zu Beginn in der ersten Staffel schon mal begegnet bei Ende mit Schrecken. Ah. Dieser André ist das, genau. Der hat noch diesen anderen Podcast, Schaubefehl. Und da bespricht er mit dem Matze Filme. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich hatte, wie gesagt, ich wusste, dass es diesen Podcast gibt von dem André und habe mir gedacht, ja, nee, ich gucke jetzt, wie gesagt, eh nicht so viel Filme. Ich muss mir im Podcast jetzt auch nicht erzählen lassen, ob der Film jetzt gut ist oder warum du den gut oder schlecht findest. Aber für die heutige Folge habe ich gedacht, hörst du mal rein. Und ich habe mich kaputt gelacht. Okay. Das ist echt gut. Also ich habe bei der Recherche extra nicht, also es gibt ja massig von diesen, wir reden über Filme und so. Ja. Aber ich weiß. Das ist ja Geschmackssache. Richtig. Und bei den beiden ist es halt auch so, die beiden haben komplett unterschiedliche Ansichten. Okay. Und also das geht so, die geben sich immer, quasi am Ende einer Podcast-Folge gibt der eine jeweils dem anderen einen Film, den er gucken muss bis zum nächsten Mal. Also er gibt eben den Schaubefehl. Ach so. Wählt dann immer einen Film aus und dann gucken die den und dann besprechen die den beim nächsten Mal. Und ich habe jetzt die derzeit aktuelle Folge gehört, da geht es um den Film 365 Tage. Hast du davon gehört? Nee. Der läuft wohl bei Netflix und ist sowas wie Fifty Shades of Grey für Arme. Ja. Aber genau in dem Stil, also der Matze kannte den Film und er hat es auch angekündigt und hat so gesagt so, hey, wir hatten ja schon lange kein Trash mehr. Du guckst jetzt. Drücken die sich da immer einen rein oder was? Nee, nicht immer anscheinend, aber in dem Fall war es dann eben soweit. Und der André so, nein, nein, ich habe so viel von dem Film gehört, ich will nicht gucken, ich will nicht. Und dann hat er es echt durchgezogen und hat diesen Film zerrissen aufs Wunderbarste. Ich habe ihn so gefeiert, es war echt toll. Also kurz gesagt, wie gesagt, Fifty Shades of Grey für Arme. Das hat wohl eine polnische Autorin, die hat das Buch geschrieben, hat sich tatsächlich inspirieren lassen von Shades of Grey. Ja, und es ist so richtig schlecht. Eine polnische junge Frau reist nach Italien und da ist irgend so ein Mafia-Boss, der sie entführt, gefangen hält und sagt, ich gebe dir 365 Tage Zeit und am Ende dieses Jahres wirst du dich hier nicht verliebt haben. Und das ist so ganz schlecht mit, der vergewaltigt sie die ganze Zeit und man sieht auch andere Szenen zwischendurch, wieder andere Frauen vergewaltigt. Und das soll halt irgendwie… Sexy sein. Ja, sexy und inspirierend und ganz schlimm. Also es ist alles das, was im Moment in den Debatten so MeToo und… Also alle Gesetze, alle feministischen Errungenschaften, die wir bis heute quasi erreicht haben, werden damit zunichte gemacht. Und das hat der André halt so richtig schön auseinandergenommen. Und jetzt lass mich raten, die hat sich tatsächlich in ihn verliebt am Schluss. Ja, natürlich. Ach, halt auch. Frauenporno, am Ende wird geheiratet. Ja. Mama, was machen die zwei da? Warum liegt hier überall Stroh? Der eine ist blind und der andere schiebt den über die Straße. Ja, aber das, wie gesagt, ich habe es dann eben gefeiert, wie der André das so wirklich Zähne für Zähne zerrissen hat und den so richtig niedergebracht hat. Das kann auch Spaß machen. Ja, großartig. Mir gefallen. Danke. Cool. Ja, und die beiden machen das seit 55 Folgen. Dauert ungefähr eine Stunde. Und erscheint zweimal im Monat. Ja, um es aber ordentlich zu gucken hier. Ja, wundert mich auch immer. Dann musst du ja echt hier immer die Zeit nehmen, immer einmal alle zwei Wochen ungefähr. Ich ziehe mir jetzt den Film rein. Das ist ja nicht nur das Gucken, du musst ihn ja auch analysieren und so. Ja, genau, genau, genau. Du guckst ja dann ganz anders. Aber wie gesagt, dadurch, dass die beiden halt echt unterschiedliche Meinungen haben, ist das sehr lustig. Macht Spaß. Okay. Fand ich echt gut. Hat mich wirklich sehr, wirklich positiv überrascht. Gut. Ja, ich hatte natürlich auch sehr viele von diesen, ich habe daran angefangen, aber ich habe es echt fünf Minuten ausgehalten. Oh, das sind so viele, die dann Wunder meinen, was sie Ahnung vom Film hätten. Und dann so, so. Also, der Charakter ist nicht richtig, ich will Unterhaltung und sonst gar nichts. Ja, dieses Möchtegern. Nee, die zwei, die gehen auch tatsächlich darauf ein, dass es durchaus unterschiedliche Meinungen und Ansichten gibt und Geschmäcker und betonen immer von, ja und ich fand das aber so, weil und so. Und wie gesagt, ich fand das echt sehr angenehm. Ich konnte denen gut zuhören. Also, einen habe ich gefunden, aber die mussten leider aufhören, die haben das vor Publikum gemacht, das war eigentlich ganz witzig. Die haben irgendwo, keine Ahnung, Potrop oder so, haben im Kino gehockt und haben Sneak Previews gemacht und haben dann da hinterher den Podcast da drüber gemacht. Das war eigentlich cool, aber die mussten, also die haben, glaube ich, drei Folgen gemacht und dann kam Corona. Ach, schade. Und dann haben sie es in Studio verlegt und das war ja nicht selber. Ja. Das war dann, die sind dann leider eingegangen. Nach ein paar Folgen haben die dann aufgehört. Aber die hatten Potenzial, weil die waren witzig und das war vor dem Live-Publikum, ist ja cool, weil die haben gerade alle den Film gesehen und die reden dann drüber und so. Das war ein super geiles Konzept, aber. Ja, vielleicht können die das wieder aufnehmen Ende des Jahres. Ja, ich hoffe es. Also, das war, das war cool. Also, die hätte ich auch genommen. Die hätten vielleicht sogar eine Fanfare gekriegt, weil die waren auch witzig, ne. Aber drei oder vier Folgen und dann war Schluss. Blöde Pandemie. Corona ist doof. Ja, genau. Gut. Ja. Okay, dann wäre jetzt der Maddy wieder dran. Und zwar habe ich was gefunden. Und zwar heißt der Und Action, der Stuntman-Podcast. Da bin ich sehr gespannt, was du jetzt erzählst. Ja, das ist, also, gut, ich fange einfach mal an. Das macht der Tim Vetter und der Tim Vetter ist ein altgedienter Stuntman aus, ich meine, der wäre auch aus Österreich. Und, ja doch, der ist aus Österreich, genau, weil er nämlich auch gesagt hat, in Österreich ist es ganz anders, als Stuntman zu arbeiten, als in Deutschland. In Deutschland bist du nämlich bezahlt dafür. Und in Österreich suchen sie immer eine Ausrede, dich nicht dafür zu bezahlen, für deinen Job und so. Es scheint wohl, in Österreich irgendwie ganz mies zu sein mit Stuntman. Okay. Aber hier in Deutschland, du kriegst einen Job, du machst deinen Job, du kriegst dein Geld und alles ist gut. Und in Österreich ist das wohl eher so, ja, das machen wir mal. Und mal gucken, was er macht. Also grundsätzlich geht es darum, der Tim Vetter, der ist ja selbst Stuntman und der interviewt in jeder Folge einen anderen Stuntman. Und die erzählen dann halt so, was sie so gemacht haben und was man als Stuntman so macht und wen der jetzt da gedrubelt hat. Und die geilste Folge war, das war so ein, wie soll ich sagen, so ein Nachwuchsstar in der Branche quasi. Und eine Anekdote, die war richtig bitter. Also es war so, der wollte schon immer Stuntman werden als 12-, 13-Jähriger. Aber es ist wohl so, wenn du richtig Stuntman werden willst und das Geld darf mit dir verdienen, müsstest du eigentlich ins British Register of Stuntman. Hab ich das richtig gesagt? Ich glaube, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben. British Stunt Register. Genau, British Stunt Register. British Stuntman ist für den Hessen natürlich sehr schwierig. Also wenn du da reinkommst, dann hast du es eigentlich geschafft. Aber... Wie kommt man da rein? Ja, pass auf. Du musst mindestens 18 sein. Das schaffen viele. Dann musst du mindestens 60 Auftritte vor der Kamera gehabt haben, als Kompase oder Sprechrolle oder mal durchs Bild gelaufen oder sonst irgendwas. Mindestens 60 Tage, also nicht mal auf, also 60 Drehtage gehabt haben. 36 Solo-Stunts und der Aufsicht eines bereits registrierten Stuntman in dieser British Stunt Registry. Du musst sechs Sportarten in der Kategorie Kämpfen, Fallen, fahren, also PKW fahren oder Autos fahren oder Kutschen fahren, reiten, mit Tieren arbeiten, Wasser, also tauchen oder irgendwie ins Wasser hüpfen oder sowas und Feuer. Feuerspucker oder was gibt es da für Sportarten? Zum Beispiel Brennen vom Dach springen und so Sachen. Das ist eine Sportart? Also das ist ja, das macht ein Stuntman, ja. Ja, das ist eine Stuntman-Sportart, ja, aber du musst damit... Und das Krasse ist, diese Kampfsportarten, das ist nicht so, dass du da mal hingehst und sagst, hallo, hier bin ich. Du musst zum Beispiel in Karade mindestens den braunen Gürtel haben und im Judo mindestens den ersten Dahn. Das heißt, den schwarzen Gürtel, also du musst... Okay. Und der hat es alles gemacht, der hat es über Jahre, hat er das dahin gearbeitet, weil der wollte es unbedingt. Und der hat extra Sport studiert, weil er da die Sporthalle benutzen dürfte umsonst, sonst hätte der überhaupt keinen Sport studiert. Und ach, was weiß ich, du musst dann irgendwelche Turnen und ach, was du da alles machen kannst, ist total krass. Und wenn du das alles gepackt hast und wirst dann aufgenommen, hast du drei Jahre Probezeit noch. Boah. Also es ist richtig krass. Aber wenn du da drin bist, dann ist gut. Und der, der war bei einem Dreh von... Also sein großer Traum war immer, bei James Bond mitzuspielen. Und dann war er bei irgendeinem Dreh. In der Nachbarhalle war James Bond und er hat... Es war aber auch... Ach hier genau, es war Black Widow mit Scarlett Johansson. Und der war ihr Kampfdouble. Oder ihr Kampfgegner. Nicht ihr Double, sondern ihr Gegner. Also er hat mit ihr sich stark geprügelt. So virtuell, so ballettmäßig. Und dann war er für eine Woche gebucht. Und dann hat er gesagt, wir brauchen nicht noch eine Woche. Und ja, kein Problem, ich habe Zeit. Dann hat er unterschrieben für eine Woche. Und er kommt nach Hause, guckt in seine E-Mails. Da war ein Angebot von James Bond für die nächste Woche. Nein. Das ist hart. Die arme Sau. Der hätte bei James Bond auftreten, also mitmachen dürfen. Aber dann haben sie dann... Tja, hat er gesagt, tut mir leid, ich habe das schon unterschrieben. Das ist bitter. Und hat nie wieder ein neues Angebot gekriegt von James Bond? Oh Mann. Da hat mir richtig leid getan. Boah, ja. Was für eine Arbeit, da hinzukommen. Wenn du das alles machst. Ich meine, das ist ja nicht... Du machst ja nicht von heute auf morgen. Nee. Also gerade diese Sportarten wirklich, also die musst du ja durchmachen, diese Kack-Sportarten. Und also das war sehr beeindruckend. Wow. Ja. Also das war diese eine wirklich sehr beeindruckende Folge. Aber ansonsten sind es natürlich dann... Die erzählen dann halt, was sie für Stanz gemacht haben. Also der hat zum Beispiel einen, der hält den Weltrekord in Feuerflammen stehen. Aber das war eigentlich auch nur ein Unfall. Irgendwie war das... Scheiße, ich trenne. Also der wollte schon relativ lange brennen, aber irgendwie ging der Feuerlöscher nicht oder so. Und genau, warte, die eine Tussi, die da für den Feuerlöscher abgestellt war, die wusste nicht, wie das Ding funktioniert. Und hat dann den Feuerlöscher nicht zum Laufen gekriegt und der hat alles weitergebrannt und hat dann am Schluss irgendwie, keine Ahnung, sechs Minuten, 36 oder so unter Feuer gestanden, die arme Sau. Hat dann gesagt, ich habe überhaupt keine Luft mehr gekriegt, verdammte Kacke. Und ich habe gesagt, verreckt, ja. Und irgendwann haben sie es dann geschafft, ihn zu löschen und so. Aber er hat dann einen Weltrekord halt, ne. So Dinger kommen da halt schon vor. Ist halt, ist ganz cool. Und ich finde es halt auch gut, auch mal über diese Leute zu sprechen, weil die nimmst du einfach so hin, ne. Das ist verklarschbar mit einer Brücke. Weißt du, wie viele Brücken du auf dem Weg zur Arbeit überquerst und es gar nicht merkst? Ne. Ja, und die sind halt da. Ja, vor allem, die werden ja auch tatsächlich immer so gespielt, dass man eben nicht merkt, dass das jetzt der Ersatz für den eigentlichen Schauspieler ist. Außer bei unserem Tom Cruise. Der macht es alles selbst. Genau, ich wollte noch, ich habe gesagt, irgendwer macht es ja selbst, aber bei den meisten. Und dann weißt du ja auch nicht, wann kann der das jetzt noch? Oder ist das jetzt schon sein Po-Double? Ja. Po-Double. Ja, genau. Ja, cool. Ja, das war es doch schon wieder, ne. Dann, oder? Ja, wenn du fertig bist. Oder hast du noch was? Dann habe ich nichts mehr, ne. Ja, dann müssen wir jetzt. Was haben wir heute gelernt? So, was haben wir denn gelernt? Was haben wir gelernt, Maddie? Ich habe gelernt, dass es immer noch keinen Whisky gibt, den ich aus den Socken hau. Na gut, der haut mich ja schon aus den Socken, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Der muss ein bisschen atmen, gleich trinkst du mal den zweiten Schluck. Ja, mache ich auch gleich. Aber jetzt hier während der Aufnahme wollte ich das eigentlich eher vermeiden. Ich muss so viel schneiden müssen. Gut, aber das ist ein Podcast über Backstage, Hintergrundgeschichten zur TV von TV-Machern gibt. Und dass es doch einen Podcast über Filmbesprechungen gibt, den man hören kann. Den Schaubefehl quasi. Und ich habe gelernt, ich muss mir echt mal Notizen machen das nächste Mal. Ja, das ist hilfreich. Dass die Österreicher gute Podcasts machen können. Ja, das ist schon mal. Das wusste ich eigentlich bisher schon. Und dass der Podcast Production Therapy uns alles über TV-Produktionen erzählt. Ach genau, und wir wissen jetzt, was der Gaffer macht und was der Best Boy ist. Genau. Richtig. Das wissen wir. Und dann haben wir noch gelernt im Und-Action, der Stuntman-Podcast, dass es echt, echt schwierig ist, wirklich richtig guter Stuntman zu werden, der bei James Bond auftreten darf. So ist es. Und so bleibt es. In engen Hosen reibt es. Okay, der war flach. Den schneidest du lieber raus. Ach ja. Genau. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr einen Podcast kennt, von dem ihr denkt, dass er hier aus dem Sumpf gezogen werden muss und wir den hier mal vorstellen sollten, dann schreibt uns an impodcastsumpf.web.de. Aber bitte unbekannte Podcasts. Also nicht hier Baywatch Berlin und gemischtes Hackfleisch. Ja, noch keine TV- oder Radioproduktionen. Genau. Wir wollen hier Leute vorstellen. Perlen. Genau. Erschraften. Perlen. Aber auch wenn euch hier gefällt, was wir hier tun, dann sagt es uns. Sagt es weiter. Empfehlt uns. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, dürft ihr uns auch anschreiben. Ja. Immerher damit. Und was uns auch hilft, wir haben mittlerweile schon die ersten Bewertungen auf iTunes. Vielen Dank dafür. Und immer schön weiterbewerten auf iTunes. Das hilft uns, ein bisschen sichtbarer zu werden. Aber das ist natürlich voll uneigennützig, denn wenn wir sichtbarer werden, dann werden auch die Podcasts, die wir hier vorstellen, sichtbarer. Genau. Und wenn ihr dann einen Podcast kennt, der hier vorgestellt wird, dann wird er dann auch ein bisschen bekannter. Das ist nicht richtig. Das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ja. Und nicht zuletzt folgt uns natürlich auf unserem Instagram-Account im Podcastsumpf. Da könnt ihr auch mit uns in Kontakt treten und so ein bisschen manchmal Hintergrund zu den Folgen noch lesen. Und kommentieren. Was wir aber noch vergessen haben, Maddy. Ja. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, die Spotify-Playlist. Oh, verdammt. Das müssen wir unbedingt machen. Ja. Wie konnten wir das? Skandal. Das steht doch in den Sendungsnotizen. Ja, aber die habe ich. Soll ich mal anfangen? Ja, ich habe die nämlich noch nicht. Ich habe ein Déjà-vu. Also ich setze dieses Mal auf die Liste. Es hat überhaupt nichts zu tun mit den Podcasts. Ich habe einfach diese Lieder rausgesucht, weil mir die gut gefallen. Und zwar ist das einmal Aufstehen von Seed featuring CeeLo Green. und Prayer in Cee von Lilywood and the Brick. Lilywood and the Brick? Was ist das? Ich habe schon nie gehört. Doch, das Lied kennst du. Das? Das spielt die ganze Zeit so eine Gitarre im Hintergrund. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Ich singe jetzt hier nicht weiter. Ich bin nicht eingesungen. Hast du deine Spotify-Songs mittlerweile gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Und zwar ist es einmal, natürlich, Lee Majors, The Unknown Stuntman. Die Titelmusik von Ein Colt für alle Fälle. Und die Beechees, Night Fever. Es ist ja auch, ich glaube, der erfolgreichste Soundtrack-Dingsbums aller Zeiten. Ist gut möglich. Also das Lied, also jetzt nicht der gesamte Soundtrack, sondern das Lied aus einem Film, das, ich glaube... Saturday Night Fever? Genau. mit John Travolta und Oliver Newton-John, glaube ich. Wir haben das mal gesehen bei den Bad Filbler-Burgfest-Spielen. Ach, das Musiki? Das Musical, genau. Das war sehr lustig. Nee, war eigentlich ein bisschen flach, fällt mir gerade ein. Ich hatte es mir lustiger vorgestellt. Man hätte mehr daraus machen können. Okay. Ja. Ja. Dann sind wir jetzt wirklich durch. Jetzt sind wir wirklich durch. Jetzt haben wir das halt mal ein bisschen umgekehrt gemacht. Und ist ja auch egal. Hauptsache, es ist da. So ist es. Alles dran, alles drin. Ist wie wenn du ein Kind kriegst, dann guckst du ja auch erstmal, ob alles dran ist. Der Rest kommt dann später beim Bügeln. Ja, dann bleibt uns nur zu sagen. Bleibt sauber, denn wir gehen für euch in den Sumpf. Macht's gut. Tschüssi, Kowski. Tschüss. Bevor ihr ausschaltet. Bevor ihr ausschaltet, haben wir noch eine Bitte an euch. Ihr wisst, wir unterstützen die Kinderengel Rhein-Main. Wer diese Kinderengel Rhein-Main sind, könnt ihr unter anderem auf kinderengel-rhein-main.de sehen oder einfach mal in den Shownotes gucken. Da haben wir ausführliche Informationen über den Verein. Ziele und Aufgaben des Vereins sind unter anderem Die Unterstützung von schwer oder lebensverkürzt erkrankten Kindern und Jugendlichen und deren Familien, um deren tägliches Leben etwas leichter und einfacher zu gestalten. Oder die Beschaffung oder Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, der gesetzlichen Krankenkasse oder zuständigen Institutionen, nicht oder nicht ganz übernommen werden. Oder die Förderung von Einrichtungen und Institutionen, die eine optimale Behandlung, Betreuung, Begleitung, Pflege und Nachsorge und eine wirksame Lebenshilfe für die erkrankten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ihren Familien bedeuten. Ihr könnt die Kinderengel Rhein-Main ganz einfach unterstützen, indem ihr Mitglied werdet. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Kinderengel arbeiten, dann schaut doch mal ganz unten auf der Seite unter aktuelles, zum Beispiel ein Zuhause für die Engel oder ein Jahr Kinderengel, wie es dem Projekt ergeht. Vielen Dank. Und jetzt Tschüss. Tschüss.